Das war neben unbedeutenden Konzerten, an die ich mich nicht erinnern kann, war das tatsächlich die Band Jazz Total im Alter von 15 Jahren. Ich habe anlächtig auf meinem Sitz gesessen und hatte einen kleinen Kassettenrekorder mit und habe das Konzert aufgenommen. Ja, das war gestern im Schnelldurchlauf, habe ich ungefähr sechs Konzerte besucht, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Alles Pädagogische, ich habe mich versucht, selber als Lehrer und als Priester, als Freizeitpriester, nee, das war ein kleiner Witz. Und das Pädagogische liebt mir gar nicht, zum Beispiel. Ich bin noch kein Zahlenmensch, das heißt, als Buchhalter, gar als Bilanzbuchhalter, hätte ich womöglich auch keine Kehre gemacht. Da ich mit 47 Jahren, 57 bin ich genau, ich wäre gern 47, bin ich nicht mehr ganz taufrisch, aber habe, so Gott will, noch ein paar Jahre vor mir und hoffe, dass ich noch wenigstens eine Sache aussuchen kann, zum Beispiel Bildhauerei. Das weiß ich aber nicht genau, ob ich dafür geeignet bin. Das weiß ich nicht. So, ich habe nochmal ein paar Jahre vor